Ich, ich fass es nicht. Ich, ich fass es nicht. Ich finde es sehr abenteuerlich, was Herr Krüger hier sagt. Eigentlich schätze ich ihn wirklich sehr, weil er, glaube ich, ein sehr intelligenter Mensch ist. Aber einige Aussagen hier müssen wir uns mal hinterfragen. Holt mal rein. Ein wesentlicher Punkt und ein aus Sicht der Landwirtschaft sicherlich der Hauptpunkt ist, dass der Fleischverzehr sich auf die Hälfte reduzieren muss. Der Fleischverzehr in Deutschland ist aktuell bei 55 Kilo pro Kopf und Jahr. Die Spanier haben 85 Kilo. Das heißt, wir sind schon wirklich weit runtergekommen. Und darum geht es mir auch gar nicht. Jeder soll das essen, was er mag. Aber mir geht es einfach darum, dass auf Gedeih und Verderb mit Unwahrheiten behauptet wird, wir müssen unbedingt weniger Fleisch essen. Obwohl, zeige ich euch gleich auch nochmal, die Uni Washington ganz klar widerlegt hat, dass ganz viele Krankheiten, die angeblich von rotem Fleisch kommen, nicht davon herstammen. Da gibt es überhaupt keine Evidenz drüber. Aber dass man weiter kann. Und dass der Fleischverzehr sich vor allem auf Rindfleisch konzentrieren soll. Warum? Das sind jetzt gleich zwei Sachen. Der Grund für die Studie war, dass wir uns im letzten Jahr sehr geärgert haben über diese Diskussion, wo es plötzlich hieß nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, wow, jetzt können wir uns Naturschutz, jetzt können wir uns Moorschutz und all diese Dinge in Deutschland gar nicht mehr leisten, weil ansonsten würden wir den Welthunger irgendwie steigern und wir müssten in Deutschland auch zusätzlich noch Lebensmittel einführen. Okay, das sind zwei Dinge. Lebensmittel einführen, Herr Krüger, Sie wissen ganz genau, dass wir Selbstverwahrungsgrad bei Obst und Gemüse haben von um die 30 Prozent und weniger. Und wenn die Holländer jetzt wegbrechen mit über 30 Prozent, was da passieren soll, wo wir auch sehr viel Obst und Gemüse herbekommen, wo soll es herbekommen? Das ist eine Frage, auf die hätte ich gerne mal eine Antwort. Der nächste Punkt ist einfach, dass es sehr wohl so ist, wenn die Kornkammer der Welt mit der Ukraine und gerade auch Russland wegbricht, auch der Dünger dort wegbricht, beziehungsweise nicht mehr gewährleistet ist, ist es schon ein Punkt, wenn jeder zehnte Mensch hungert, dass sie nicht so behaupten können, dass wir hier einfach auf Gedeih und Verderb stilllegen können und angeblich Naturschutz fahren können, weil wir produzieren hier auch ziemlich viel und auf einem sehr hohen Niveau, was eigentlich auch in ihrem Sinne sein soll, weil wir können Naturschutz und Artenschutz und Landwirtschaft mit in den Vereinen, das wissen sie genau, selbst das haben sie in der Zukunftskommission Landwirtschaft mehrfach besprochen, dass das geht. Also das finde ich schon schäbig, jetzt hier genau den Spieß umzudrehen, was sie uns angreifen immer, dass wir angeblich den Hunger ausnutzen würden. Es ist abenteuerlich, wenn wir 10 Prozent der europäischen Agrarfläche einfach aus der Produktion rausnehmen, 10 Prozent Europas, das weiß auch jeder Mensch, der halbwegs nutzbar ist, dass dann sehr viel fehlen wird und wir uns woanders bedienen müssen, gerade auch beim Obst und Gemüse, wenn der wegbricht. Und auch beim Fleisch, das ist eigentlich auch jedem klar, aber hören wir erstmal an, weil jetzt kommt die Trog-Teller-Diskussion, hören wir nochmal rein. So, wir haben jetzt nachgewiesen, dass das Ding nicht so ist. Wir haben eine Flächenreserve und das sind die 60 Prozent der Landwirtschaftsflächen, die momentan für Futtermittel genutzt werden. Das ist das gesamte Grünland und ein gutes Drittel des Ackerlandes in Deutschland. Davon müssen wir runter und damit erfüllen wir gleichzeitig natürlich auch eine große Empfehlung unserer Mediziner, die uns ja immer wieder sagen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, schon seit ganz langem, Leute, in Deutschland ist der Fleischverbrauch und der Fleischkonsum viel zu hoch. Die empfehlen etwa diese 400 Gramm pro Woche, auch in der Studie in dem einen Szenario. Also der Ton ist ein bisschen schlechter, entschuldige ich mich für, aber es ist einfach nicht wahr. Aber natürlich ist, wie gesagt, die Dosis des Giftes logisch, aber wenn allein wir 30 Kilo pro Jahr pro Kopf weniger essen als der Spanier, und der Spanier ist, glaube ich, nicht viel ungesunder als wir, es liegt vielleicht auch daran, dass uns einfach Bewegung fehlt. Aber grundsätzlich zu sagen, zu viel Fleisch ist ungesund, ist Quatsch, weil wir kommen ja aus Zeiten, wo wir 90 Kilo und mehr zu uns genommen haben. Aber wie gesagt, darum geht es gar nicht. Aber es geht jetzt um diese 60 Prozent, die angeblich im Futtertrog landen. Jeder weiß, jeder weiß, dass das nicht stimmt. Und das ist auch nicht weg, dieses Essen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das noch sagen müssen. Das Essen, beziehungsweise das Futter, geht dann in eine Kuh, aber auch in ein Schwein rein. Und ich habe Versorgungssicherheit dann das ganze Jahr, weil ich diese Tiere halt habe. Ich zehre von der Milch. Und alles, was ich auch beispielsweise in eine Kuh reingebe, kommt ja mit mehr Proteinen hinten raus. Das ist ein Wunder der Natur. Halleluja, gut, dass wir das haben. Aber wie gesagt, es ist nun mal auch nicht möglich, viele Futtermittel, die wir nun mal für den Menschen nicht verzehren können, sei es jetzt aus Soja, Extraktionsschrot, was wir überhaben, was für den Menschen nicht gut ist, Rübenschnitzel und so weiter. Wir sind froh, dass wir die Tiere haben und damit einen Mehrnutzen haben. Und es ist nun mal nicht möglich, für den Menschen verzehrbare Produkte, egal ob es jetzt Weizen ist oder irgendwas anderes, überall anzubauen. Das geht nun mal nicht. Und vor allem nicht, wenn ihr und die Politik uns hier einschränkt, unser Handwerkzeug wegnimmt und wir auch diesen Dünger nicht zur Verfügung haben. Das ist also abenteuerlich, mit was für einer Agenda hier das gefahren wird. Und jetzt kommt es ja, Herr Krüger muss sich für den NABU einsetzen. Aber was passiert denn dann? Diese ganzen Naturschutzflächen, die wir ausweisen wollen, die nachweislich für den Klimaschutz nichts bringen, wie der Vernässigung der Moore, ich habe mich da mit einer Fachfrau unterhalten, die sich aber auch nicht, ich traue das öffentlich zu sagen, das ist ja auch das Problem in diesem Land, 50 Jahre würde das dauern und der Nutzen ist gleich null. Kosten ohne Ende, dieser ganze Wahnsinn, der uns für das Klima nachweislich nichts bringt, kostet uns Milliarden und Abermilliarden. Währenddessen haben wir keine Lehrer in diesem Land. Unser Sozialsystem ist im Arsch, das Rentensystem ist im Arsch. Menschen gehen zur Tonne, um sich was zu essen zu holen. Und das muss man sich mal vorstellen, jede dritte Tafel kann keinen mehr aufnehmen. Und dieser ganze Wahnsinn, was wir hier machen mit Klimaschutz und was nicht alles, ich habe gestern eine Zahl gehört, da bin ich einfach zum Glauben abgefallen. Wenn wir unsere Häuser energetisch sanieren wollen, so wie die Regierung das möchte, alle Häuser in Deutschland, würde uns das 3000 Milliarden Euro kosten. Leute, überlegt mal, was wir mit dem Geld machen können. Sinnvolles. Sinnvolles. Es ist unglaublich. Könnten jedem Schüler einen Privatlehrer an die Hand drücken. Da könnten wir dann wirklich in Technik investieren, in Forschung investieren, dass wir halt auch wirklich runterkommen von dem CO2-Ausstoß, durch die Verbrennung von Öl, Gas und so weiter und Kohle. Ja, dann einfach mal in so eine Technik, wenn wir das wollen würden. Nein, wollen wir ja gar nicht. Wir wollen eine Agenda fahren, wir wollen Stellen schaffen für Menschen, die damit Geld verdienen, mit Naturschutz verdienen. Auch dieser Verein unendlich viel Geld, Millionen pro Jahr. Aber auch andere Lobbyverbände, sei es Windenergie, Solarenergie, Leute, ey, ich kann das alles nicht glauben und wir fallen auf diesen ganzen Irrsinn rein. Das macht mir richtige Angst. So, noch ein Punkt, wenn wir jetzt die Tierzahlen halbieren wollen, können wir ja machen, aber keine Schweinehalter mehr da sind, weil ich lese gerade, dass unsere Regierung in Niedersachsen 80 Prozent, die unsere Schweine-Landwirte fördern möchte, damit sie was anderes machen können. Das ist rausgeschmissenes Geld. Und zur Wahrheit gehört nun mal, dass dann Folgendes passiert. Wir werden ja nicht weniger Fleisch essen, sondern wir werden das ersetzen. Das wird passieren. Und das ist mit allem so, was wir in Deutschland nicht mehr selbst produzieren, nicht mehr selbst in die Hand haben, wird woanders unter völlig schäbigen Sozialstandards, Umweltstandards. Und ich begreife es nicht, wir haben keinen Zugriff mehr darauf. Wir begeben uns in Abhängigkeiten aus Ländern, die uns nicht immer wohlgesonnen sind und wie man so dumm sein kann als Gesellschaft. Da frage ich mich immer wieder aus Neu. Aber jetzt Wochenende, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Frohe Video, bis bald.